Und an der Stelle ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Part von Forza Horizon 3. Die Folge kommt leider etwas später wie geplant. Ich bin leider nicht zum Aufnehmen gekommen und habe mir neuerdings natürlich auch als Ziel gesetzt weniger Druck zu machen. Also das heißt die Aufnahmetermine nicht immer hundertprozentig zu schaffen. Wann es kommt, aber dafür sollen die Videos besser werden. Fangen wir gleich hiermit an, im Hintergrund ihr hört Musik. Komischerweise jetzt nicht zuhören. Malerweise soll es nicht zuhören sein. Okay, hört man schon. Da war kurz nur ne leise Stelle. Dann, wir müssen weitere Events, Stunt-Events und so weiter abschließen. Ich würde gleich mal sagen, wir starten damit. Das war ja eine Gabel für Forza. In 100 Metern links abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. Für Forza 1.9. Ich möchte mich erst mal die Steuerung wieder mit zurechtfinden, weil... Ja, das ist nicht ein Spruch. Hauptsache mit Slowmotion. Hallo Daniel. Von diesem Fahrer habe ich schon viel Gutes gehört. Wir sollten versuchen, ihn für unsere Aufstellung zu verpflichten. Je größer der Stunt, desto besser. Vielleicht kannst du aus einem Stern zwei machen. Ja, in Ordnung. So, schauen wir mal auf die Karte. Oh, da hätten wir 137 Meter. Da brauchen wir aber ein besseres Auto. Oder mehr Anlauf. Haben wir da irgendwo einen Kreis? Ah, da ist ein neuer Fahrer. Da fahren wir demnächst auch mal hin. Lass nochmal neu probieren. Ob wir weiterkommen. Vorsicht, Baum. Baum ist ganz wichtig. Den sollten wir nicht trauen. Sagt er und wurde gerade gegen einen Baum. Schon ein bisschen weiter. Wir hätten uns nur nicht überschlagen. Okay. Einmal probieren wir es noch. Und dann schauen wir, dass wir es anders machen. Auch natürlich, dass die Hintergrundmusik so weit in Ordnung ist. Mal schauen. Vielleicht packe ich auch für die nächsten Folgen irgendwann dann eine neue. Genau. Gut gemacht, Boss. Zwei Sterne. Einer fürs Können, einer fürs Überleben. Für den dritten brauchst du womöglich einen größeren Motor. Ehrlich? Da sind wir auch schon drauf gekommen. Dann könnten wir uns eigentlich um einen neuen Fahrer kümmern. Einmal dann gleich mal. Alte Taste. Genau. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern rechts abbiegen. Route wird neu berechnet. ja, das ist schon mal okay wir rechnen ja noch mit, dass wir solche Abkürzungen erfahren 100 Meter wäre besser gewesen in 100 Metern Force Feedbacken komischerweise mit dem letzten Patch funktioniert das jetzt wieder richtig gut vorher hatten wir da wirklich Probleme rechts abbiegen in 100 Metern links abbiegen in 100 Metern links abbiegen wir wissen, dass wir links abbiegen müssen jetzt schauen wir mal, dass wir einen neuen Fahrer für uns gewinnen dann, dass wir in den nächsten Folgen noch ein bisschen was schaffen geradeaus drüber einfach bei nächster Gelegenheit wenden bei nächster Gelegenheit wenden nein, nicht wenden hoppala, das ist aber gerade noch mal gut gegangen, würde ich sagen den könnten wir jetzt herausfordern machen wir jetzt ja nicht gleich in 400 Metern links abbiegen links abbiegen halt wir würden die neu berechnen, wir fahren hier einfach durch die Welt klar, man kann gewisse Bäume umfahren, aber genau die in 200 Metern scharf rechts abbiegen hat er schon gesehen, dass wir den Berg rauf müssen links halten ok, wenn querfelder 1 ist auf jeden Fall auch was links halten ja, hätte man auch geradeaus fangen können ja, ist ein schwieriger aber es scheint nicht zu laufen von der Grafik herz mit dem neuesten Patch oi, das war hallo Daniel, führen Sie Fähigkeitsketten aus um Fähigkeitspunkte zu erhalten die Sie hier im Fähigkeitsshop einsetzen können im Fähigkeitsshop wird eine ganze Reihe an Upgrades und Vorteilen angeboten die Sie mit Fähigkeitspunkten aktivieren können dies ist der Festival Boss Tab mit diesen Vorteilen können Sie Upgrades freischalten und Gefallen einfordern um Ihr Festival zu verbessern das ist der Fähigkeiten Tab mit diesen Vorteilen können Sie leichter riesige Fähigkeitsketten einstreichen dies ist der Sofortbelohnungen Tab mit diesen Vorteilen erhalten Sie sofort Credits, EP oder Lose ok, das haben wir uns ja schon mal angeschaut jetzt haben wir es nur wirklich jetzt haben wir es offiziell erstmal erklärt bekommen vom Tutorial her aber da müssen wir uns erst noch wesentlich bessern also da brauchen wir noch gar nichts machen kann ich jetzt auch nichts wählen ach, jetzt will er was gewählt haben ich kann ja nicht abbrechen klicken, nix, ne? ey, da müssen wir das einmal machen ok, und dann können wir uns so weiter raufarbeiten jetzt haben wir da ok, Sponsoren das brauchen wir auf jeden Fall schon mal können wir zwar noch nicht wirklich umsetzen, aber es spielt ja keine Rolle sie haben jetzt Prämiendrivertare freigeschaltet wenn sie auf der Freifahrt einen Prämiendrivertare entdecken können sie ein Kopf-an-Kopf-Rennen starten um eine große Credit-Belohnung zu gewinnen ok Straßenrennen bekannt und verdienen sie mehr Geld ok zusätzliche Huben können wir auch mal machen ok, jetzt könnte man nochmal weiter rauf dann machen wir das noch und dann haben wir eigentlich alles so langsam kommen wir nach oben dann könnten wir das hier ok, ok, ok so langsam geht's ran so nach und nach halt wir haben die Erfolge eigentlich in 400 Metern links abbiegen ok, da könnten wir jetzt Credits machen, aber wir wollen erstmal den da, da fehlt er und ich muss mir noch angewöhnen wo wieder die Handbremse ist ich habe einfach viel zu lange Pause gemacht mit dem Spiel und wir brauchen noch mal einen besseren Wagen sie haben ihr Ziel erreicht wir suchen einfach Fahre 729 glaube ich besser so, ne? ja gut in dem gebiet was soll er denn sein soll er mitten im maisfeld stehen so langsam gibt es ja nichts mehr wie nahm er denn da da biegt doch einer ab das sieht ja fast noch nicht so aus wie es ein anderer gibt es ja nicht, dass wir den nicht finden so groß ist doch das gebiet ich bin ja gespannt ob wir den noch finden ist der vielleicht da irgendwo bei dem Haus aber da gibt es ein ep schon klar oben auf dem dach wie kommen wir denn da auf dem dach da müsste man fliegen können das ist Fakt, ohne fliegen kann man da auf jeden Fall nicht hoch so jetzt schauen wir mal der soll sich doch da irgendwo auffallen unten fährt einer das könnte ja der auch sein theoretisch nein leider nein also ich will eigentlich schon das mal noch in der Folge den zumindest finden das ist schon merkwürdig warum finden wir da wieder keinen das ist einfach doch das ist ein gutes System irgendwie was nicht hundertprozentig umgesetzt ist so kommt es mir vor wieder da vorne fährt er da einen da haben wir nicht so ok dann beende ich an der Stelle nochmal schnell den Part wünsche euch einen schönen Tag bis zum nächsten Mal ciao